Hallo, willkommen in der IGS Mutterstadt. Wir sind aus der 10a und sind Paten der 5a. Als Paten helfen wir den neuen Schülern, die sich in unserer Schule zurecht zu finden. Genau, außerdem helfen wir den Kindern Probleme zu lösen. Wir sind mit ihnen kreativ, Kanscheiben mit einer Fragepause und machen andere Sachen. Ich bin der Simon und heute stellen wir euch die Schule vor. Im Moment befinden wir uns in einem typischen Schülpferzhausen. Jetzt befinden wir uns im B-Haus und vielleicht schon in eurem zukünftigen Klassenzahraube. Ich bin Niklas und wir befinden uns in einem typischen Schülpferzhausen. Das 10a in einem Schülpferzhausen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Ebbing und das sind unsere TS-Reime. Ich bin Selina und das sind unsere Speisesalben für die Küche. Da drinnen sind alle Kunsthandwerkräume. Ich bin Hannah und das ist unser Elfhaus und wir sind gerade in einem Musikplatz. Musik Und das ist unser Zinsprungen. Musik Musik Ich bin Janika und das ist unser Sport heute. Musik Und das hier ist unser Sportplatz. Musik 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 Musik